... von Vitalverbrechen. Wenn Täter mehr als sieben Jahre Zuchthaus zu erwarten haben, werden die gefürchteten Seven-Ups eingesetzt. Los, mach mir hinterher! Versuch ihn zu erwischen! Roy Scheider. In French Connection half er, einem Million Dollar Rauschgiftring zu sprengen. Jetzt ist er wieder da, in einem Team von Superbullen. Ebenso skrupellos in ihren Methoden wie die Gangster, die sie jagen. Die Seven-Ups, deren ausgekochte Trick sogar vom FBI skeptisch betrachtet werden. Wer hat den Polizisten im Wagen erschossen? Das ist... Wer hat doch nicht geschossen? Sie schlagen zu. Sie brechen jeden Widerstand. Und wer ihre Methoden kennengelernt hat, freut sich auf einen sicheren Platz hinter Gittern. Ah, Maxien, wer waren die Typen, die meinen Partner umgelegt haben? Du hast einen Bullen umgelegt, verstehst du? Was soll's, ein Bulle weniger. Die Seven-Ups, ein neuer Film des Produzenten von Bullet & French Connection mit einer neuen, nervenzerfetzenden Verfolgungsjagd. Ihnen darf keiner entgehen. Ihr Job kennt nur eine Alternative. killen oder gekillt werden. Daher sind sie unerbittlich, die Seven-Ups. Was soll's, ein Bulle weniger. Das wird ein neuer Film des Produzenten von Bullet & Extrappers. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017